Seien Sie von dieser Stelle herzlich gegrüßt. Beide Cheftrainer sind da, Stefan Leitl und Uwe Koschinert. Und Herr Leitlich möchte verbunden mit dem Glückwunsch zum Sieg Sie bitten, das Spiel aus Ihrer Sicht zu kommentieren. Ja, vielen Dank, schönen guten Tag zusammen. Ja, für uns natürlich ein enorm wichtiges Spiel heute gewesen, ein enorm wichtiger Sieg. Wenn man dann die Ergebnisse dann auch noch sieht, für uns natürlich sehr wichtig gewesen. Um in der Chronologie des Spiels zu bleiben, ich finde, wir haben gut begonnen, überraschenderweise auch wirklich gute Ballbesitzmomente gehabt, was sicherlich in unserer Situation auch nicht selbstverständlich ist. Trotzdem, da schon auch eine hohe Qualität im eigenen Ballbesitz gehabt, gehen dann in Führung. Hat uns sicherlich gut getan, kriegen dann relativ schnell den Ausgleich auch, wo wir uns definitiv, ja, ich würde mal sagen, aktiver verhalten müssen im Spiel gegen den Ball. Und ja, mussten uns dann, glaube ich, schon ein bisschen schütteln. Trotzdem haben die Jungs das wirklich gut gemacht, sind bei sich geblieben, haben das umgesetzt, was wir spielen wollten. Ja, und dann gibt es eben Situationen, wo das Momentum auf deine Seite fällt. Das ist mit dem Elfmeter dann passiert, glaube ich, schon auch zum günstigen Zeitpunkt für uns. Die zweite Hälfte war klar, dass wir zu Beginn oder die Anfangsphase der zweiten Hälfte auch überstehen müssen. Gerade mit den Wechseln, die Uwe ja vorgenommen hat, dass wir da Stabilität brauchen, dass wir erstmal an die Defensive auch denken. Ich finde, das ist uns ganz gut gelungen. Wir machen dann das Tor durch Louis Schaub zum 3 zu 1 und haben dann natürlich schon auch wieder das Momentum und Glück auf unserer Seite nach dem Lattenschuss. Ich glaube, dann wäre es noch mal richtig eng geworden. Aber insgesamt finde ich eine super Energie, sehr diszipliniert gespielt, auch in Unterzahl. Ich glaube, ihr habt alle gesehen, was die letzten Wochen auch Körner gekostet haben der Mannschaft. Wir waren permanent gezwungen zu wechseln und zu reagieren und von daher noch mal auch ein Kompliment an die Jungs für die letzte Phase dann mit einem Mann weniger, dass wir das Ganze schon relativ stabil überstanden haben. Uwe, dir und deiner Mannschaft natürlich für die kommenden Aufgaben weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Herr Leitl, wir danken Ihnen. Uwe, das Spiel aus deiner Sicht. Bitte, wie fällt dein Fazit heute Nachmittag? Ja, ich beginne logischerweise erst mal mit meinen Glückwünschen an Hannover 96 und Stefan. Ich glaube, wir müssen heute auch vor der Presse über einige Dinge sprechen, die definitiv dazu geführt haben, dass wir heute in Summe, glaube ich, auch ein verdienter Verlierer sind. Der erste Faktor und manchmal spiegelt so eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung dann auch ein Stück weit, spiegelt dann einzelne Szenen wieder. Müssen wir mit Sicherheit darüber sprechen, dass wir heute gerade in der ersten Phase, in der ich schon auch gesehen habe, dass wir beschwingt und ordentlich schnell nach vorne spielen, dass wir dort aber wirklich eine total mangelnde Präzision auf den Platz gebracht haben, stellvertretend dafür. Das äußert sich dann manchmal in dieser Brutalität, das 0 zu 1. Wir müssen drei Sekunden vorher in der Überzahlsituation hundertprozentig klar zum Abschluss kommen. Abschluss bedeutet, du hast Kontrolle, möglicherweise ein Erfolgserlebnis. In jedem Fall muss der Gegner erst mal wieder komplett gegen eine Ordnung angreifen. Was resultiert aus dieser mangelnden Präzision am gegnerischen Strafraum? Das 0 zu 1, in dem wir dann Konter fressen, der mit Sicherheit dann auch schön abgeschlossen ist, aber der so nicht passieren darf. Dann sind wir schon beim zweiten Punkt. Heute ist es zum allerersten Mal so, dass wir im Zentrum tatsächlich über eine Unterlegenheit reden müssen. Ich finde, Raczkowski war in der ersten Phase richtig, richtig stark. Aber insgesamt haben wir keinen guten Zugriff auf diese Positionswechsel der Hannoveraner bekommen. Sie konnten sich immer wieder schnell und vertikal durchs Zentrum durchkombinieren, haben richtig, richtig viel Stress auf unsere Kette gemacht. Und da kann es natürlich am Ende nicht sein, dass alles immer nur an Ramos hängt, der da irgendwie wie so ein Turm in der Schlacht agiert. Aber wir insgesamt da keine Konsequenz im Mittelfeld an den Tag gelegt haben. Das war bis jetzt unter mir immer völlig anders und deswegen natürlich für mich auch ein sehr, sehr negatives Erlebnis. So wurde das Spiel sehr, sehr unruhig. Trotzdem haben wir natürlich dann eine fantastische Phase, in der wir zum einen fußballerisch hervorragend das 1 zu 1 schießen. Das war ja wirklich ein richtig toller Strategieangriff, wo wir den Ball schnell von einer auf die andere Seite bewegt haben, wo wir gallisch nachgesetzt haben. Und direkt in der Folge dann zwei sehr, sehr große Möglichkeiten mit dem Außenpfostenschuss von Robin und der großen Möglichkeiten, der Hannover Torwart hervorragend hält. Da können wir möglicherweise in Führung gehen. Da hatte ich das Gefühl, wir kriegen das Spiel in den Griff. Aber insgesamt war es nie so, dass wir dauerhaft, so wie in den letzten Heimspielen, mal so Phasen hatten von 10, 15 Minuten, wo wir den Gegner komplett einschnüren, wo wir wirklich Kontrolle über das Spiel haben und wo wir dann tatsächlich auch irgendwo den Gegner erdrücken. Dafür haben wir heute keine gute Präzision im Spiel gehabt und logischerweise in den entscheidenden Momenten dann auch wieder Entscheidungen gegen uns gehabt, die dann schon wehtun. Aber die, glaube ich, in Summe, darüber müssen wir nicht reden, auch richtig waren. Logischerweise wollte man in der zweiten Halbzeit mit zwei Spitzen das Spiel verändern, kommen sensationell aus der Kabine, direkt ein, zwei richtig gute Einschussmöglichkeiten, so auf unsere Kurve spielend. Dann tut so ein 1 zu 3 natürlich richtig weh, weil du dann weißt, jetzt wird es richtig schwer. Was ich da einfach bemängeln muss, dass wir dann tatsächlich sehr, sehr häufig die Nerven verloren haben. Das ist heute in der zweiten Halbzeit der Fall gewesen. Wir haben unsere Strategie wirklich gezielt, Überzahlsituationen am Flügel herzustellen, in den Rücken der Abwehr zu kommen, viel zu selten durchgespielt. Wir waren nicht so griffig in den Zweikampf-Situationen. Wir haben auch ähnlich wie in der ersten Halbzeit viel zu häufig aus dem Zentrum wieder rückwärts gespielt, nicht mutig nach vorne, nicht schnell genug nach vorne. Und diese Faktoren, die müssen wir schleunigst abstellen. Ganz klar müssen wir die Zahl unserer Gegentore reduzieren. Ich finde, das ist jetzt auch mal ein eigener Trainerauftrag, ganz klar auch zu wissen, du kannst nicht permanent mehr als zwei Tore im Spiel schießen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Und so zum Abschluss, möglicherweise sind die Dinge unter mir bis jetzt auch einfach in Summe zu positiv, zu selbstverständlich gelaufen. Und ich glaube, jetzt haben wir mal so einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen, nicht nur von Hannover 96, der tut ohnehin schon richtig weh, aber dann logischerweise auch durch den bisherigen Spieltag. Und da bedeutet es, geschlossen zu bleiben, bedeutet es aufzustehen. Hannover 96 hat jetzt mal gezeigt, wie sowas funktionieren kann. Vielleicht auch wieder ein paar Prozent mehr über Grundtugenden zu kommen, als Club insgesamt sehr, sehr konzentriert diese Geschichte anzugehen. Und mein Gott, die Ausgangssituation ist im Grunde genommen jetzt wieder so, wie zu meinem Beginn. Und dann bedeutet es, runterfallen, sich deutlich abstoßen und die Sache so angehen, wie sie es erfordert. Das ist aus meiner Sicht derzeit so die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Dankeschön. Uwe, vielen Dank. Ich bin sicher, es gibt Fragen, Sie haben die Gelegenheit, sie jetzt zu stellen mit Handzeichen und Kerstin Kalkreuter von den Neuen Westfälischen beginnt. Ja, hallo in die Runde. Herr Korschinert, hatten Sie heute auch ein bisschen das Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben nach der letzten Woche in Karlsruhe? Heute waren ja auch schon wieder zwei Pfostentreffer dabei oder beziehungsweise zwei Aluttreffer dabei. Ja, aber am Ende glaube ich dann nicht so eng, wie es in Karlsruhe war und auch nicht in der Masse. Nee, also es ist jetzt so, dass das aus meiner Sicht ordentliche Abschlusspositionen waren. Zumindest bei dem einen Mal Haxschuss, glaube ich, war dann einfach gut und haben ein paar Zentimeter gefehlt. Aber da war jetzt kein so richtiges Déjà-vu. Also das Déjà-vu erlebe ich eher so, wenn der Mann, der das Spiel schiezt, wieder an den Monitor läuft. Das sind derzeit etwas stärkere Déjà-vu-Erlebnisse, aber auch hier keine Kritik an dem Unparteichen. Man muss dann so entscheiden, wie sich die Situation dargestellt hat. Aber natürlich, wenn du für elf Meter permanent eine Überprüfung brauchst, dann ist das eher ein Déjà-vu, was mich so ein bisschen beschäftigt. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Trainer? Dirk Tietenberg für den Matzak-Verlag. Ist das richtig? Oder muss ich sagen, Hannover Schalgemeine und Neue Presse? Der Kollege sitzt in der ersten Reihe. Auf jeden Fall Dirk Tietenberg aus Hannover. Ja, Stefan, erstmal Glückwunsch zum 3-1. War ja auch für dich wichtig. Inwiefern hast du es natürlich vor dem Spiel auch schon gesagt. Du wirst halt immer gefragt, wie wichtig ist das. Hast du den Druck verspürt und so weiter. Aber mal darüber hinaus, die Geschichte des Tages ist so, wie das Spiel gelaufen ist. Wahrscheinlich auch der Auftritt und das Tor und die Torvorlage von Louis Schaub. Vor 20 Jahren ist sein Vater gestorben, Autounfall. Er war dabei und so. Unfassbare Geschichte. Was sagst du erstmal zu deiner Situation? Und was sagst du zu der Situation dann, was Louis betrifft? Ja, ich finde zu meiner Person, wir haben ja die Wochen über auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir wiederholen uns ja da. Fußball ist ein Ergebnissport und wir haben in den letzten Wochen nicht die Ergebnisse erzielt, die ein ambitionierter Klub wie Hannover 96 erzielen muss. In dieser Kritik stellen wir uns ja auch. Trotzdem habe ich die ganzen Wochen zuvor und speziell auch in dieser Woche ein großes Vertrauen innerhalb des Klubs gespürt. Und wir sind überzeugt von dem Weg, den wir gehen wollen. Auch wenn man heute sieht, die Aufstellung, es war für uns nicht ganz so einfach. Immer wieder Rückschläge dann auch hinnehmen zu müssen, sprich Personal, dass du permanent gezwungen bist, zu wechseln. Und ich finde, die Jungs haben das heute richtig gut gemacht. Janik Lürs und Bright, 19 Jahre, kommen rein in so ein wichtigen Spiel und verleihen uns Stabilität. Und das war unheimlich wichtig. Ja, zu Louis, ich glaube, dass man in den letzten Wochen schon gesehen hat, jetzt unabhängig von dieser privaten Situation, dass Louis immer besser in Fahrt auch kommt. Und uns war auch bewusst bei der Verpflichtung, dass wir vielleicht den ein oder anderen Monat brauchen, um ihn da hinzubekommen, wo er jetzt aktuell ist. Und uns freut es natürlich sehr, dass er seine Qualität auf den Platz bringt. Aber es war auch immer so, dass er von allen Beteiligten auch das Vertrauen bekommen hat. Und wir überzeugt waren, dass über Spielminuten, über regelmäßiges Training, dass er dann an seine Leistung kommt und hat heute ein fantastisches Spiel für uns gemacht. Haben Sie noch weitere Fragen? Lars Baicke in der ersten Reihe für die Bild-Zeitung aus Hannover. Herr Stefan, ich muss noch mal nachfragen. Die rote Karte für Yannick Löhrs ging ja dann auch irgendwie über VAR wieder. Wie hast du es gesehen? Wie bewertest du es? Ja, ich kann mir da eigentlich Uwes Worte dann auch anschließen. Für uns ist das immer schwer als Trainer, wenn du an den Monitor geschickt wirst oder vielmehr der Schiedsrichter. Ich denke, in Summe sind dann alle Entscheidungen, die dann getroffen wurden, auch richtig entschieden worden. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann bedanke ich mich ausdrücklich bei beiden Trainern, Stefan Leitl und Uwe Koschinert, unseren Gästen aus Hannover. Alles Gute in den kommenden Wochen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Kommen Sie heute alle gut und sicher nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.